Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Battlefield 5. Heute mit einer relativ guten Folge auf Bruch. Man ist schön flankiert, man ist taktisch an die Sache rangegangen. Hat echt Spaß gemacht, aber seht selbst. Haben wir vor. Na komm. Na, jetzt. Hör aber auf. Aber dieses bisschen Campiger spielen, das macht schon echt viel aus. Meint man zwar nicht, aber... Loll, wie hat er das denn gemacht? Auf den Balken oder was? Man, ich weiß doch ehrlich, wie ich ihm einen Headshot gegeben habe, ne? Aber... Wird wohl alles seine Richtigkeit haben. Oh, ich hasse das. Das ist echt, wo du Gefahr beläufst, dass man schnell stirbt. Hilft mir irgendwer, ihr müsst mir helfen. Fangen die an zu tuben. Irgend komischen Dinge an. Alter, man liegt neben den Affen, ne? Ach, den installier es einfach. Ehrlich, keine Chance. Hab uns ja auch richtig gestattet, Bilder, ey. Verstehe ich auch nicht. Uns läuft das Spiel flüssig wie nix. Wie? Wie zum Geier hat er das gemacht? Och man, das sind... Es ist so unverhältnismäßig teilweise, ne? Ehrlich, du siehst den zuerst, greifst den an und der mit seiner komischen... Mit seinem Karabiner, weißt du? Keine Feuerunterdrückung, gar nix. Das ist doch scheiße, sowas. Ganz ehrlich. Stell dir mal vor, du läufst da durch den Kosovo, Mali, sonst wo, ne? Afghanistan, scheiß doch drauf. Und ein Typ stießt auf dich. Einfach so. Der sagt es ja auch nicht, ja, nö. Kann ich nix gegen machen. Ich bin nicht unterdrückt. Nö, nö, das... Quatsch. Quatsch, Quatsch, das macht mir gar nix. Nimm dir da so entgegen. Ich kann auch schießen, ich muss mich gar nicht großartig verstecken. Dann sagt dir doch, oh, die Kugel spätestens, wenn sie dich trifft, pust du Kuchen. Wir verlieren Ziel Dora. Wir verlieren Ziel Dora. Ziell! We go that in. Wir haben jetzt genügend Ziele, um das Resultat dieses Kampfes zu bestimmen. Das war echt gut. Also jetzt ohne sich selbst beweihräuchern zu wollen, aber das war... ...die Flanke war echt nice. Schade. Was haben die jetzt eigentlich? Okay, lass mal sein. Lassen wir mal sein. Ach, der kämpft wieder da, ey. Da ist er. Da ist er. Wir haben Ziel Emil verloren. Gute Arbeit. Ziel Bertha eingenommen. Da war er. Sheet. Also unser Team, ist das überhaupt noch anwesend? Ja, tatsächlich. Aber es macht irgendwie nix. Das ist höchst beunruhigend. Zurück ins Kampfgebiet, Soldat! So. Oh je, oh je, oh je. Wo war der? Ja, cool. Cool. Cool, cool, cool. Ähm. Ziel Cäsar ist verloren. Come on. Das war ganz ehrlich, dieser Eufer, der macht mich aggressiv, ne? Vorhin das Schlimmste ist auch, ne, Gott sei Dank, der ist auch gestorben. Jetzt mal kurz einen Lageüberblick verschaffen, obwohl, ah, ist eigentlich passiert der heiße Scheiß. Ziel Dora gehört jetzt uns. Ja. Kann ich Hilfe erwarten? Nee, kann ich nicht. Okay. Gut, dann nicht. Ach, die liegen da alle immer rum. Jungs, das ist hier nicht der Kuschelsimulator? Oh. So, da haben wir wenigstens getauscht. Wenigstens das. Ich sterbe, helf mir! Von meinem Squad kannst du echt nichts erwarten, ne? Das war gute Arbeit. Wir haben Ziel Anton erobert. Nehm, die Munition hier. Gut gemacht. Ziel Cäsar gehört uns. Haha. Okay. Zack. Fuck. Schade. Da macht's nix. Da haben sie dich eiskalt umgeknödelt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ärgerlich sowas. Aber wir haben wieder gut Punkte bekommen. Aber C beläuft Gefahr verloren zu werden, also werden wir uns hier mal drum kümmern. Wir haben alle Ziele unter Kontrolle. Zack. Der Momo hat da nämlich ganz schön auf den Sack bekommen, würde ich mal sagen. Der Sieg ist zum Greifen nah! Jetzt lobt man hier nicht den Tag vorm Abend. Der Sieg ist zum... Der Sieg... Der Sieg ist zum Greifen nah. Ist noch nicht... Wir liegen noch hinten. Also... So weit aus dem Fenster würde ich wieder in die Läden, mein Freund. Ich meine, optimistisch muss man sein zu diesen schweren Zeiten. Aber... Da geht noch was. Oh fuck! Ach du Scheiße! Nene! Haha. Tschüss! Auf Wiedersehen! Das ist wie Ruhe! Ihr könnt mich alle mal! Nene! Okay. Ich bin am Arsch. Aber richtig krass am Arsch. Oh je. Ist es klug hier zu bleiben? Oha! Ja. Da hat er mich! Da hat er mich! Das war doof! Ich bin verletzt! Das war echt doof! Oha! Und er sitzt da wieder irgendwo in nem Haus! Shit! Der schießt echt gut! Muss man ihm lassen! Ich brauche noch einen Kill! Ey! Cool! Ne? Tatsache ich brauche noch einen Kill! Alles klar! Schau mal! Das kriegen wir wohl hin! Das kriegen wir ja wohl hin! Ladies and Gentlemen! sprechenốc Euro! Du hast alles abgelehnt! Damit sie sich macht. Ich Electricite herzlich kennenzulernen! Hammer! Hodor! cholera! Danke für dich! années! sponser Wyatt! Fuck! da ist gefahr ja jawohl 19 erst scheiße ok ein roi noch ja Achtung, Ziel Dora ist verloren. Scheiße, zählt der? Habe ich es geschafft? Nee. Okay, es ist Ziel, nicht als Kill. Schade. Hallo. Medic, okay, nicht. Alles klar. Boah, ein noch. Upp, upp, upp. Wow. Okay. Oh, ist ganz schön mutig, Alter. Gefällt mir. Danke sehr. Wir haben Ziel Dora eingenommen. Lol, der war da. Und der brauchte nur noch einen Kratzer. Boah. Boah. Scheiße. Wie eng das immer ist. Das ist unglaublich. Helf mir. Ja, das war's. Ui, ui, ui. Jo. Alter, nervt mich jetzt nicht. Ich muss, ich muss den einen, äh, muss den noch weg machen. Dann können wir gewinnen. Ja, aber, er darf sich hier nix tun. Ruckel, ruckel. Was soll das? Ja. Ja. Da ist er. Nix können sie. Zack, geschafft. So. Jetzt probieren wir mal die andere aus. Da, mit der ich so gut wie noch... Oh, warte, warte, warte. Mit der ich so gut wie noch gar nicht gespielt hab. Ja, diese komische... Bren... Gun. Achso, warte mal, bevor ich's vergesse. Packen wir hier mal ein... Das drauf. Und... Ja. Dich probieren wir jetzt mal aus, würde ich mal sagen. Die soll wohl auch relativ gut sein. Jetzt hab ich Schluck auf, so gut ist die. So. Ups. Ausfinde, die falsche Taste gedrückt. Cool, finde ich's aber weh, dass mir keine Lutsche hat, mit die sich gegenseitig anfangen zu beleidigen. Fuck. Fuck. Tja, da war mein Squad hin. Ich meine, über die Magazinkapazität lässt sich ja streiten, aber an sich ist die Waffe gar nicht mal so kacke. Dann ist es eigentlich relativ akkurat. Schießt präzise. Lol, das war nice. Und jetzt werde ich beschossen. Das ist aber auch ein dunkles Glas, was sie hier für das Visier benutzt haben. Aha. Oh, der lädt aber schnell nach, das Ding. Ist gut. Oh. Das ist jetzt aber doof. Ey, warum verlieren wir denn eine Ziele? Was ist denn da los? Boah, komm, du bist so nah da dran. Gute Arbeit. Wir haben Ziel Emil erobert. Alter, Vater. Alter. Was sagst du dazu? Ziel Dora unter Kontrolle, Sorgat. Ich kann mal eben, wie sie hier haben, das Ziel erobert. Jetzt passt mal auf. Wir sind wahrscheinlich nicht zu sehen. Oh, nee, nee, nee. Jetzt, mal gerade bitte nicht. Ich mache jetzt hier gerade Plays. Das war dann mal. Uh oh. Oh, es ist spannend. Spannend. Der ist über uns. Es ist nur ein Team mit. Ganz ruhig. Da ist einer. Ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Was? Sturmangriff, Leute, Heimat? Was ist das denn? Jetzt direkt weiter nach A, oder was? Hau mal ab. Hau mal. Ab nach A. Du kriegst noch ein bisschen Munition von mir. Oh, ge-wasted. Na ja, macht nix. Loll. Klass. Euver, was ist da los? Komm mal zurück. Tu mal was für dein Team. Da mit dein 2318. Hier. Hallo. Typ. Komm. Oh, fuck. Warte. Ja, du kannst wieder. Oh, Mann. Panzer! Nichts wie weg hier! Normale Einheiten. Wir haben Ziel-Ansatz-Fallowern. Gute Arbeit. Ziel Dowa gehört uns. Schade. Schade. Wo ist der eigentlich? Auch da mit seinen 12.9. Oh Gott. Lass ihm den Kill. Ziel Dowa gehört jetzt uns. Es sei ihm gegönnt. Ja, das Ding ist echt cool. Das ist echt schnell nach. Das ist halt... An alle Einheiten. Wir haben Ziel Cäsar verloren. Oder nicht. Wir erobern es aber gerade wieder zurück. Das ist aber stimmt hier nicht. So. Oh, da wollte ich zu viel. Da wollte ich zu viel. Alter, was ist... Was ist... Was ist... Du bist... Eudefut? Dieser Jürger Hasi, der ist... Komisch. Er spricht in fremden Zungen. Ich glaube, wenn er Eier legt, sollten wir die Eier verbrennen. So. Und... Go. Fuck. LoL. Dieses... Komische Scope, ne? Warte. Du hast das gut bei mir. LoL. Ey, und dann liegt der da im Gebüsch oder was? Das ist natürlich doof. Leider. Wir haben Zielankorn überlaufen. LoL. Was war das denn? Das war interessant. Und auch gleichzeitig ziemlich schlecht. Naja. Egal. Mach's ja nix. Ich sollte mir eigentlich mal am besten die Minuten aufschreiben, ne? Wenn ich so Folgen hab. Die ich gerne hochladen würde. Mein Gott, Jungs. Im Bruchteil einer Sekunde war ich auch schon weg vom Fenster. Boah, da hab ich links daneben geschossen. Das gebe ich aber auch gerade wieder ordentlich weit ab. Erstklassige Arbeit. Ziel Cäsar gehört uns. Ziel Werther ist jetzt in unserer Hand. Ziel Werther ist jetzt in unserer Hand. Ziel Werther ist jetzt in unserer Hand. Ziel heels. Ziel wird es jetzt in unserer Hand schon einordnen. Zielなんです. Aufpassen, wir haben Zieliscal chrome. Ziel ist es nicht bei den Limern. In dieser Position wird ein Nachschub weitergebracht. Bitte. Wir grind physicians. Schade, da war ich zu viel. Es wird eine enge Nummer hier. Schade. Das war nix. Das war gar nix. Leider. GG. Und ich würde sagen, die Folge landen wir hoch. Die Folge landen wir hoch. Die Folge landen wir hoch. Die Folge landen wir hoch.